Ja, Regnum ist wieder mal abgestürzt. Tut mir leid, aber es geht gleich weiter. Wir sind jetzt hier in Birka angekommen, auf der Rückseite. Und geben jetzt die Quest an einen falschen Knopf. Was? M. Ich habe wieder Probleme mit der Steuerung bei so vielen Spielen. Immer das richtige Spiel auseinanderzuhalten. So, ähm... Ja. Okay. Und es ruckelt ein wenig. Mondzug nie unter Hauptstadt. Ja... Mondzug nie zuerst, dann Hauptstadt. Ja, für mich ist es ein halber Tag her. Ich habe geschlafen, ich bin wieder wach. Und ja, vielleicht ging es ja direkt weiter. Das ist dann im nächsten Video. In diesem Video, genau dieses. Ja, genau. Ihr seht richtig. In diesem Video. Ähm... So. Irgendwie sind hier keine Weihnachtsbäume mehr. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin sehr letal. Was macht Adisius? Nichts. Der Chat ist einfach leer. Ich glaube ich habe mal was rein. Gin, Pau. So. Schon da. Ah ja, ich kaufe mir bald eine Grafikkarte, dann hat wahrscheinlich auch die Grafikfehler auf. Hoffen wir es mal, aber ich glaube nicht, dass es am Spiel liegt, ähm, an der Grafikkarte liegt, sondern am Spiel. Dass es einfach nicht optimiert für neue Grafikkarten ist. Ah ja. Ja genau, Pferd mach dich mal selbstständig. Ich weiss nicht, wieso Asti die Maussteuerung noch einbauen müssen, wenn sie sowieso die SD gesteuert werden muss. Ich mach meine so. So. Äh, da kann man nicht... Man kann nicht mal hinter klicken. Oh mein Gott. Da mach man die Kamera. Hinter das Pferd. Äh, sehn Arsch. So. 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 Jetzt gehen wir zuerst noch Autoswein. So, jetzt zieht sie den Indian schon hier. Und das ist der einzige Weg. Da ist einer, die Halfzware. Und danach noch männlich, cool. Oder haben die Zwerge hier beharrt, die Frauen? So, das fliegende Tor. Okay, es ist auf einem Stein, also auf einem Fels. Aber trotzdem. So wie gesagt, dass wir jetzt fliegen. Also hier gibt es zwei Orte wo Weihnachtsbäume sind. Sollten es sein. Schauen wir uns mal an. Jaaa, Entschuldigung. Noch immer die Quest nicht vorbei. Gott, oh Gott. Jetzt mal ein Schatz. Jaaa, das kannst du gerade wieder behalten. Schmeiß es wieder in die Kiste. Also hier hinten gibt es meistens Gesteine. Der Weihnachtsbaum sollte eigentlich hier vorne irgendwo sein. Hier hinten diesen Stein ist meistens einer, aber sieht diesmal schlecht aus. Hier vorne. Dann hat wahrscheinlich jemand wieder abgegriffen. Schade. Aber hier spawnen viele. Und wenn man nicht in der richtigen Zeit da ist. Am richtigen Ort. Weihnachtsbaum. Hat auch Ferien. Hallo, ich möchte bürger abgreifen bevor der nächste Patch kommt. Ja, die wollen irgendwie nicht. Okay, wir machen noch kurz eine Runde. 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 Hier hinten gibt es hoffentlich Schätze. Und das Klett fällt fast runter. Ja, hinter diesem eingefrorenen See. Ja, das sieht auch schlecht aus. Es war wirklich einer da. Okay. Aber Weihnachtsbaum kann nicht abgegriffen werden. Jetzt gehen wir zum Weihnachtsbaum, wenn er da ist. Hoffentlich, bitte. Totem. Totemhaus. Hier in Redmond. Wir brauchen Mitspieler. Wir brauchen ganz viele Leute. Kommt auf den Server. Valhalla. Ins Reich. Alicius. Und macht mit. Tch. Ja, wahrscheinlich zu wenig Gold. Also hier irgendwo müssen die bei mir sein. Aber es ist wieder keiner da. Ist halb auch. Ist auch unterbewertet. Oh Gott, oh Gott. Schlimm sowas. Reinste Verschwendung. Aua. Sie greifen mich beide an. Hilfe. 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 Komm nicht weg. Hilfe. Aua. Nächster will auch angreifen. Komm schon. Ja. 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 Du auch. Komm. Hallo. Du musst angreifen. So. Du auch. Komm schon. Aua. Ist das Spieverderber? Das geht noch gar nicht. Ich rote die jetzt aus. Arne. Buggy buggy. Buggy. Bug. Moin moin Kinders. Guck schlafen. Na schlecht. Nein, ich hab gut geschlafen. So. Ich will den Wein am Hauptbahn. Wenn jemand mal viel Geld hat, könnte man so einen Weihnachtsbaum kaufen. Mehr Weihnachtsbäume kaufen. So. Und, ähm... Das Ganze, weil ich damit zupflosste. Nein, das wäre so unfair. Irgendwo eine Brücke versperren. Genau. Das wäre doch etwas. Oder? Komm, die Sirt nicht in unser Reich. Und töten mich. Oh. Ah, ein Italiener. Ein Schinkeli. So, machen wir jetzt da. Schauen wir noch mal. Oh, leck doch heute nichts, morgen so. Wir müssen noch mal in unsere Knie. Ja, ja. Ich darf nichts. Ich bin jetzt bald so eine Treppe nach oben hier. Kein Bock im Hasen herum zu gehen. So viel mal hier schon hoch gegangen oder runter. Nein. Schade. Ich hätte ein paar Sekunden gespart. So. Jetzt dann mal. Ah, wie ist denn Level 27? Hab ich gar nicht mehr. Das war, das war schon mal. Das war es? Ja, das war es. Ich würde mich einmal schaden. Manöver. Das ist das mit Geschicklichkeit. Das brauchen wir ja nicht. Oder brauchen... Ah, das kann man nicht. Wieso kann man das nicht? Jetzt... Bringts nicht. Wir nehmen... Das... Hm... Hier gibt es nämlich noch ein paar Sachen, die man auch ohne Kurzbau anwenden kann. Ich glaube schneller Schuss kann man anwenden. Dann habe ich nämlich einen Grund, das rauszuschmeißen. Das ist so schlecht. Das macht's... Die Gäste... Die Gäste... Die Gäste...